Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es um ein paar Tipps zum Deutsch lernen von Mia Sahal. Heute geht es um die Aussprache mit der Auslautverhärtung. B und D und G. Wie spricht man diese Lauten auf Deutsch gut aus? In diesem Video erfahren Sie. Diese Buchstaben B, D und G nennt man auf Deutsch die Auslautverhärtung. Im Deutschen gibt es Anlaut, d.h. der Buchstabe am Anfang. Inlaut, d.h. der Buchstabe in der Mitte. Auslaut, d.h. der Buchstabe oder der Lautwert am Wortende. Wir beginnen heute mit der Auslautverhärtung. Die Verhärtung des Buchstabes, d.h. der Buchstabe wird am Wortende stimmlos. D wird T, G wird K, B wird P ausgesprochen. Wir beginnen zuerst mit B. B wird als P ausgesprochen. Zum Beispiel gelb, gelb. Korb, Korb. Erwerb, erwerb. starb, 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 lob, lob. Sie machten einen Urlaub, Urlaub. Er blieb im Urlaub. Sie schrieben im Betrieb, Betrieb. D als T ausgesprochen. Zum Beispiel Mund, Mund. Hund, Wind, Wind, Kind, Rad, Rad. hat Geld. Er folgt uns endlich. Er folgt uns endlich. Jetzt befeift schon jemand. Jetzt befeift schon jemand. G wird K. Zum Beispiel Kriege. Kriege. Siege. Schlag. Weg. Weg. Sei klug und frag. Sei klug und frag. Zeit haben wir genug. Zeit haben wir genug. Sonntag ist Ihr Geburtstag. Sonntag ist Dein Geburtstag. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Liebe Schönenzinnen und Schönenzinnen und einen wunderschönen Tag. Bis bald.